Herzlich willkommen zu diesem kleinen Erklärvideo zur Anwendung von Open Slides für unsere Bundesversammlung bzw. den Bundeshauptausschuss 2022 des Kolpingwerkes Deutschland. Nachdem wir bereits im letzten Jahr gute Erfahrungen mit digitalen Abstimmungen gemacht haben, wollen wir auch bei der diesjährigen Bundesversammlung, die endlich wieder im Präsenz stattfindet, unsere digitale Abstimmungsmöglichkeiten nutzen. In diesem Video wird kurz erklärt, wie wir Open Slides bei der Bundesversammlung 2022 einsetzen, um digitale Abstimmungen durchzuführen. Vorab, so richtig brauchen wir Open Slides lediglich für Abstimmungen. Natürlich kann man dabei seine Unterlagen in Papier ganz normal vor sich liegen haben. Zur Nutzung von Open Slides braucht es auch keine Computerkenntnisse. Man muss sich technisch auch nicht besonders auskennen. Lediglich ein digitales Endgerät wie ein Laptop oder ein Smartphone reicht aus. Unsere diesjährige Bundesversammlung findet ja in Präsenz und nicht wie letztes Jahr rein digital statt. Es genügt also, den sogenannten Autopiloten anzuschalten und sobald eine Abstimmung eröffnet ist, wählt man einfach seine Entscheidung aus. Die Abstimmung taucht dabei automatisch auf dem Bildschirm vor sich auf. In diesem Video wird kurz erklärt, wie man sich in Open Slides einwählt, was die Grundfunktionen sind und wie man sich dort zurechtfindet. Vor Ort könnt ihr euch aber auch jederzeit an uns wenden, wenn es Probleme gibt. Alle Anträge und Unterlagen sind zusätzlich in Open Slides eingearbeitet und auf der Homepage verfügbar. Ihr könnt die Anträge also zusätzlich digital lesen, müsst es aber nicht. Das wird am Ende erklärt. Lediglich für die Abstimmung ermöglicht uns Open Slides ein schnelles und einfaches Ergebnis. Also, starten wir! Anmeldung Alle Teilnehmenden haben eine E-Mail erhalten mit dem Link zur Bundesversammlung sowie dem individuellen Benutzernamen und dem Passwort. Der Nutzername setzt sich zusammen aus dem Vornamen und dem Nachnamen. Passwort ist die Mitgliedsnummer, die auch auf dem Delegietenausweis vorne drauf steht. Nach dem Anmelden ist es wichtig, seinen Status auf Anwesend zu setzen, indem man auf den kleinen Fallnehmenden Namen klickt und prüft, ob der Haken bei Anwesend gesetzt ist. Um dem Verlauf der Bundesversammlung zu folgen, genügt es, auf den Autopiloten zu klicken. Hier werden aktuelle Abstimmungen und der aktuelle Beratungsstand angezeigt. Der Beratungsgegenstand, der sich unten befindet, unter der Redeliste, wird auch in der Bundesversammlung auf der Leinwand gezeigt. Im Autopiloten kann man sich ebenfalls auf die Rednerliste setzen, wenn diese geöffnet ist. Zudem kann mit einem Klick auf das rote GU-Antrag einen Antrag zur Geschäftsordnung stellen. Die Redeliste und die Anträge zur Geschäftsordnung werden ebenfalls im Saal eingeblendet. Um sich auf die Redeliste zu setzen, genügt ein Klick auf Füge mich hinzu. Abstimmungen Abstimmungen werden ebenfalls im Autopiloten angezeigt. Zudem wird oben eingeblendet, falls eine Abstimmung eröffnet wurde. Hier sichtbar. Mit einem Klick darauf gelangt man direkt zur Abstimmung und kann sein Votum abgeben. Die Auswahl ist einmalig und kann danach nicht mehr geändert werden. Falls man nicht mehr weiter weiß, sobald man den Autopiloten anklickt, gelangt man zurück zum aktuellen Beratungsgegenstand. Die Abstimmung kann natürlich auch einfach im Autopiloten erfolgen und erscheint unter der Redeliste. Anträge und Unterlagen Der Erst- und Zweitversand ist allen Delegierten postalisch zugegangen. Zudem könnt ihr alle Unterlagen abrufen unter www.kolping.de oder unter Open Slides, indem ihr auf Anträge links im Reiter klickt. Hier seht ihr alle Anträge auf einmal oder in Sachgebieten. Diese könnt ihr auswählen, zum Beispiel bei Leitantrag Leitbild. Falls ihr die Übersicht nicht hattet und es so aussah, könnt ihr mit einem Klick auf das Kachel-Symbol die Anträge in Sachgebieten sortieren. Bei einem Klick auf das Sachgebiet seht ihr alle Anträge zu diesem Thema. Der Leitantrag Leitbild von Kolpinger in Deutschland ist aus technischen Gründen in drei Teile aufgeteilt, wobei die Zeilennummern aber eurem postalischen Versand entsprechen. Die Änderungsanträge sind im Antrag selbst eingearbeitet. Ihr seht diese auf der linken Seite. Mit einem Klick auf dieses werdet ihr alle Leitanträge hier nur für den ersten Teil sehen. Beispielhaft klicken wir auf den zweiten Änderungsantrag. Hier seht ihr den Änderungsantrag des DV Regensburg zum Leitantrag Leitbild von Kolpinger in Deutschland, in dem ihr die Änderungen seht, rot gestrichen, grün die Ergänzungen und links das ausführliche Votum der Antragskommission. Wenn ihr nicht mehr weiter wisst, einfach zurück auf den Autopiloten. Wie gesagt, Abstimmungen werden euch ohnehin eingeblendet. Initiativantrag Natürlich könnt ihr wie gewohnt einen Initiativantrag analog stellen und die für die Zulässigkeit bei einer Bundesversammlung notwendigen 30 Unterschriften bei einem Bundeshauptausschuss 15 analog einsammeln. Auch digital lässt sich ein Initiativantrag stellen und unterstützen. Hierfür auf Anträge oben rechts auf Neuer Antrag den Titel eingeben Die Begründung auf Speichern Bei Antragsstatus den Status auf Initiativantrag setzen und nun erscheint bei allen anderen, die diesen Antrag nicht gestellt haben ein blaues Symbol mit dem Zeichen Unterstützung Alle anderen, die diesen Antrag also unterstützen wollen, klicken auf Unterstützen Und jetzt viel Spaß bei der Bundesversammlung bzw. dem Bundeshauptausschuss 2022 Und natürlich könnt ihr Open Slides in vollem Umfang nutzen, auf Anträge zugreifen und Initiativanträge stellen, aber das geht auch weiterhin analog. Wir nutzen dieses Tool lediglich für digitale Abstimmungen, dies ist auch ein Wunsch aus der Bundesversammlung 2021, die ja rein digital stattgefunden hat und die die Abstimmungsergebnisse schnell und präzise mit Open Slides für alle sichtbar machen konnte. Bei Problemen oder Fragen könnt ihr euch vor Ort jederzeit an uns wenden, probiert gerne die Funktionen, insbesondere den Login im Vorfeld der Bundesversammlung aus.